Hi, ich bin Moritz Petri, Inhaber von Marigalbrett und wir brauchen eure Unterstützung. Marigalbrett ist ein Laden für Selbstgemacht und Kreatives, in der zur Zeit über 150 verschiedene Aussteller vertreten sind. Gemeinsam mit eurer Hilfe ist es möglich, unseren Laden und den Ausstellungsort für all diese kleinen Unternehmer zu retten. Wie ihr helfen könnt? Ganz einfach. Bleibt zu Hause. Gebt euer ganzes Geld nicht für Online-Shopping aus und vor allem kauft Gutscheine. Nur so ist es möglich, dass die Marburger Oberstadt auch nach dieser Krise noch existiert. Wir hoffen natürlich eine baldige Rückkehr zur Normalität und wünschen allen anderen Unternehmern viel, viel Kraft. Bleibt gesund, bleibt zu Hause, lasst es euch trotzdem gut gehen, macht das Beste draus und wir sehen uns hoffentlich bald bei uns in meinem Regalbrett. Macht's gut. Tschüss.